Ja, ne, rechts. Was machst du? Fahr rechts, nicht... Ach so, so rum rechts. Ja, das ist die Straße, Mann. Jetzt fahr grad auf. Ey, wer hat hier so einen kleinen Kork? Ach, geil. Ja, wir sind Kancho-Fahren, oder? Warte, ich hab ne Idee. Ich auch, warte. Ja, komm, warum geht nicht? Oh, stoppen Sie das! Scheiße, ich kann's nicht stoppen. Was passiert, wenn ich so mach? Ich kann nicht mehr einsteigen. Ja, du bist ein guter Hohle. Ey, fliegt die ganze Zeit aus dem Team-Speak raus. Das hör ich alle. Warum das denn? Ja, schon Sau. Ey, wer hat hier so einen kleinen Kork? Oh, das war die Motorhaube. Das ist zu entneu, Liga. Das fackt so ab, diese Scheiße. So, bleib mal stehen, ich probier mal was. Aber man kann jetzt halt nix machen, ne? Schade. Geht nicht. Schade. Was machen Sie da für Sachen? Motorinspektion. Ach so, okay. Liga, es dreht sich immer zu weit. Was für eine Scheiße, Mann. Und kann die perfekt stehen hier? Oh. Jetzt, 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 jetzt. Falsch. Okay. Ja, was machst du da? Schau, 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 schau. Jetzt schau ich deinen Motor an. Warte. Jetzt. Schau. Oh, ja. Wolle ich ja mal kühler. Ja. Ja. Danke. Oh. Wo fahren wir eigentlich hin? Lass mal irgendwo wo was ist Ich muss mir gar ganz kurz Dein Motor anbauen Warte, ich fange mir kurz Dein Motor an und Oh, okay Oh nein Du Huren zu Äh, Johnny Willst du bitte deine Tür zumachen? Nein Okay, dann mach ich sie zu Okay, danke Oh mein Gott, wir haben noch zwei Räder Es war so ganz toll Nein, er ist kaputt Oh nein, dieses scheiß Ding Ich esse mal eine Brezel Okay Okay Sprunk 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 Ja, nee, rechts Was machst du? Fahr rechts Nicht Ach so, so rum rechts Ja, das ist die Straße, Mann Jetzt fahr grad aus Jetzt rechts Ja, wo stehst du das, Frank? Vorne, vor dir Fahr grad aus Ach so, die Die Dings Rampe Ja Sag doch die Rampe Halt Soll ich da hochfahren? Ja So kann man abhauen So kann man abhauen Ja, Mann Und dann kann man sich einen bauen Ja, lauf doch rein, Mann Was machst du denn? Ah, du hast mich angeballert Warum bist du denn ausgestiegen? Steig doch rein jetzt Warum willst du denn nicht einsteigen? Was ist mit dir? Hä? Was, hey? Warum macht das aus? Das kann Dass meine Motor besser sieht Haha, okay Oh Da war sie weg Super Das war knusper toll Ich hör Aua Ich hör die richtig schlecht Dann bist du halt schlecht Warte, ich muss schnell aus TeamSpeak raus So eine Scheiße, Alter Ich sag's dir, irgendwas stimmt nicht mit meinem Ding Stop Steig mal da rein Ich denk schnell schon auf Lass mal probieren, oder? Ah, schade Geschlossen Schade Schade Ja Er hat aber gehuckt Ja Wegen uns Es sind uns Lass doch mal aufgehen Ich bin da Ja Ich muss ganz kurz Ich muss sogar 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 ganz kurz Vielen Dank.